Neue Dannerfieder Arbeitszeitmodell, das heißt unsere Mitarbeiter haben 26 verlängerte Wochenende pro Jahr. Meine Freundin hat oft Homeoffice, dann verbringe ich meistens schon am Freitag ein wenig gemeinsam, ich habe kein Kochen für sie. Ja und in Gesprächen hat sich da herauskristallisiert, dass halt ein bisschen mehr Freizeit genau das Richtige wäre. Weil ich jetzt in der Natur bin, ich habe dann im Kopf viel mehr frei und kann mich halt dann mehr auf die Arbeit konzentrieren. Und es ist auch voll schön, dass wir da trotzdem so ein Vertrauen einfach kriegen, weil es muss einfach das Miteinander auch passen.